Liebe Messdienerinnen und Messdiener, zum Osterfest, das bald kommt, schicke ich euch aus dem Pfarrhausgarten wieder einen herzlichen Gruß. Ich freue mich, dass in diesem Jahr wahrscheinlich einige von euch doch Ostern mitfeiern können. Allen wünsche ich ein gesegnetes Osterfest und lade euch ein, einfach die Tage nach Ostern, nach dem Osterhochabend am Ostersonntag um 12 Uhr in der Kirche vorbeizuschauen, in den Altarraum zu gehen auf eure Plätze, wo ihr dann wieder ein Körbchen findet mit einer Überraschung für jeden von euch. Mein Garten sieht in diesem Jahr auch überraschend aus, etwas braun. Ja, da wird mehr wachsen demnächst, wenn es gepflanzt ist. Ich wünsche, dass in uns die Hoffnung wächst durch Ostern, dass Jesus, der wie ein Weizenkorn in die Erde gefallen ist, aufzugehen, grün zu werden, die Hoffnung, dass er unser Erlöser ist. Das feiern wir und er ist derjenige, der euch segnet, das tue ich auch. Der Herr sei mit euch und es segne und behüte euch, der Auferstandene, der die Wunden bleibend trägt, an denen wir ihn erkennen, dass er durch alles durchgegangen ist, um uns einen Weg zu öffnen in das Leben, in die Liebe, die Gott zu dir hat. So segne dich und deine Familie, der dreieine Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Frohe, gesegnete Ostern euch allen!